In der dritten Aufgabe war eine Schaltung gegeben, die ungefähr so aussah. Es gab einen Widerstand R1 und dann konnte sich der Strom aufteilen. Es gab eine Parallelschaltung. Auf der einen Seite war ein Widerstand R3 und auf der anderen Seite dieser Schaltung war eine Reihenschaltung aus dem Widerstand R2 und einem Widerstand Rx. Und dann ging diese Parallelschaltung wieder zusammen. Und dann gab es eine Gesamtspannung. Das war der Eingang der Schaltung. Da lag die Spannung Ui an. Das E steht für Eingang. Und hier an diesem Widerstand Rx gab es einen Ausgang der Schaltung. Da fiel die Ausgangsspannung Ui ab. Und es war noch gesagt, dass hier jetzt eben ein Leerlauf sein soll, dass aus diesen beiden Klemmen kein Strom rausfließen soll. Und das, was letztendlich jetzt erstmal gesucht war, war ein Spannungsteiler. Wie können wir diese Teilspannung Ui von dieser Gesamtspannung Ui ausrechnen? Also einmal die Spannungsteilerregel aufstellen, beziehungsweise eigentlich zweimal. Wie kann man die Ausgangsspannung von der Eingangsspannung ausrechnen? Dazu müssen wir einmal einen Spannungsteiler aufstellen und erstmal diese Spannung auf die Spannung in der Mitte beziehen. Dann gibt es diesen Spannungsteiler hier. Hier der Widerstand, wo die Spannung abfällt, der Teilwiderstand ist Rx. Und der Gesamtwiderstand ist R2 plus Rx. Und dann brauchen wir noch den Spannungsteiler für diese Gesamtschaltung. Dann ist der Teilwiderstand, über dem diese Teilspannung abfällt, das hier unten. Die Parallelschaltung von R3 parallel zu R2 plus Rx. Und der Gesamtwiderstand insgesamt von dieser Schaltung ist dann der Widerstand R1 plus diese Parallelschaltung R3 parallel zu R2 plus Rx. Und dann haben wir gegeben, dass dieses Verhältnis 1 durch 3,5 sein sollte, weil das Verhältnis Eingangsspannung zur Ausgangsspannung gegeben war und das sollte 3,5 sein. Also muss hier hinten Ausgangsspannung durch Eingangsspannung hinschreiben 1 durch 3,5 sein. Und jetzt sollte man den Widerstand Rx in der Schaltung so bestimmen und so ausrechnen, dass genau dieses Verhältnis sich ergibt. Fairerweise muss man jetzt sagen, an der Stelle ist eigentlich die Elektrotechnik vorbei. Und das, was jetzt folgt, ist reine Mathematik, diese Gleichung umstellen. Andererseits gab es allein, um das hier oben aufzustellen, schon mal mehr als die Hälfte der Punkte, sodass, wenn man sich jetzt so ein bisschen bei dem Umstellen vertan hat, das nicht ganz so weh tut. Nichtsdestotrotz gab es schon genügend Probleme und Fehler hier oben, diese Gleichung aufzustellen. Ein ganz häufiger Fehler war, dass man das alles irgendwie versucht hat, in eine Spannungsteilerregel 1 zu reinzupacken. Nein, man muss die Spannungsteilerregel hier aufgrund der Topologie der Schaltung eben zweimal hintereinander anwenden. Dann, ja, dass irgendwie Reihen- und Parallelschaltungen vertauscht wurden oder hier nicht so richtig erkannt wurde, dass man meinetwegen, wenn ich jetzt diesen Teil hier unten, dass ja der Widerstand R3 eben dann doch noch parallel ist zu dem hier. Und hier hinten meinetwegen dann der R3 vergessen wurde in der zweiten Anwendung der Spannungsteilerregel. So, nichtsdestotrotz, jetzt ist Rx gesucht. Jetzt können wir gucken, hier vorne taucht der x auf, hinten taucht der x auf. Und dieser Term und dieser Term, der taucht hier zweimal auf. Und man könnte sich das Leben schon mal ein bisschen einfacher machen, wenn man hinten den Bruch einfach mal durch das teilt. Ja, dann würde das hier wegfallen und da wegfallen. Und hier müssten wir dann noch durch diesen Term dort teilen. Dann vereinfacht sich das schon mal ein bisschen, weil der x dann hinten nur noch einmal auftaucht. Also schreibe ich mal den Bruch hier vorne einfach ab. Und hier hinten machen wir genau das mal. Dann bleibt über dem Bruchstrich eine 1 zu stehen. Und unter dem Bruchstrich an dieser Stelle bleibt auch eine 1 zu stehen. Und hier hinten bleibt eben stehen R1 durch nur noch diese Parallelschaltung R3 parallel zu R2 plus Rx. So, dann kann man im nächsten Schritt, das hier vorne wird erstmal wieder abgeschrieben, Rx durch R2 plus Rx, können wir jetzt die Parallelschaltung ausrechnen. Also erstmal den Bruch übernehmen und die 1 übernehmen. Und jetzt ist ja die Parallelschaltung sowas wie R3 mal R2 plus Rx und über dem Bruchstrich, oder zumindest in diesem Fall jetzt über dem Bruchstrich, R3 plus R2 plus Rx. Und das Ganze hier oben noch mal den Widerstand R1, den man abschreiben muss. So, jetzt kann man wieder so ein bisschen auf diese Gleichung scharf drauf schauen und stellt fest, dieser Term und dieser Term, der taucht ja auch zweimal auf. Und wenn diese beiden Brüche hier an der Stelle miteinander multiplizieren, dann kürze ich das gegen das. Aber hier bei der W1 steht, da kommt jetzt dieser Term halt nochmal mit dazu. So, dann kann man diesen ganzen Bruch schon mal auf einen langen Bruchstrich schreiben. Das einzige, was im Zähler noch überbleibt, ist das Rx. Und hier unten bleibt jetzt eben das R2 plus Rx mal 1 über, also R2 plus Rx. Und hier hinten bleibt dann noch über R3 plus R2 plus Rx und das Ganze mal R1 durch R3, R1 und durch R3. Und stellt mal fest, das sieht schon mal ein bisschen einfacher aus. Wir haben nur noch hier ein Rx und da ein Rx und da ein Rx. Jetzt sortieren wir mal die Rx hier ein bisschen und klammern die mal aus und fassen die mal zusammen. Das Rx im Zähler schreibe ich ab und gruppiere das jetzt mal so, dass wir halt rechnen, alles was konstant ist. Dann haben wir hier R2, dann haben wir R3 mal R1 durch R3, kürze ich das R3 weg. Da bleibt also nur ein R1 über. Dann haben wir noch ein R2 mal R1 durch R3. R2 mal R1 durch R3 und dann folgt noch alles, wo das Rx mit drin steckt. Und das haben wir hier vorne einmal und hier hinten das Rx noch plus in dieser Klammer R1 durch R3. Jetzt tut man ganz gut daran, einfach mal die Werte der Baulemente einzusetzen. Die waren auch gegeben. Der Widerstand R1, das sollten 10 Ohm sein. Der Widerstand R2 war mit 12 Ohm gegeben und der Widerstand R3 war mit 30 Ohm gegeben. Und dann kann man diese Werte der Baulemente einfach einsetzen. Das Rx schreibe ich mal ab. Und dann sind das hier eben 12 Ohm plus 10 Ohm sind schon mal 22 Ohm. Das sind 12 mal 10 sind 120 Ohm. 120 Ohm durch 30 Ohm macht 4 Ohm. 4 plus diese 22 macht 26 Ohm. Also dieser rot-umkreisende Teil hier, das werden 26 Ohm. Und dann haben wir noch plus Rx mit einem etwas längeren Buchstrich. Und können auch hinten das ausrechnen, das sind 10 Ohm durch 30 Ohm macht 1 Drittel und 1 plus 1 Drittel. Also dieser blau-umkästete Teil machen 4 Drittel. Und das Ganze sollen jetzt immer noch 1 durch 3,5 sein. Jetzt können wir die 3,5 hier hoch multiplizieren und die 26 plus 4 Drittel x auf die andere Seite. Dann stehen hier 26 Ohm plus 4 Drittel mal Rx. Und auf der anderen Seite stehen eben 3,5 Rx. Jetzt kann man die 4 Drittel x hier rüber holen. Dann bleiben hier 26 Ohm stehen. Und 3,5 sind ja so viel wie 7,5. 7,5 minus 4 Drittel macht 13 Sechstel x. Und jetzt kann man das einfach noch durch die 13 Sechstel teilen. Und das Ergebnis schreibe ich jetzt mal hier drunter. Und kommt dann darauf, dass das Rx genau 12 Ohm sein müssen in dieser Schaltung. Damit das Verhältnis von der Eingangsspannung zur Ausgangsspannung genau 3,5 ergibt. Und damit war diese Aufgabe dann auch gelöst. Und jetzt kommen wir jetzt. Vielen Dank.